Gott seine Aufsicht Wir sagen, wo sie Jesus vom Krieg starf und wo die Erlösung, was er von uns verbrachte, alles mit entschlitt. Erstens, Jesus starf vom Krieg, um für meine Sünden zu betonen. Dweitens, Jesus starf vom Krieg, um für meine Krankheiten. Drei, Jesus starf vom Krieg, um mich von Ohrmaut frei zu machen, damit ich nicht mehr an Bedürfnisse lieden brauche. Und doch verfolgt Gott ein überreinet Ziel in all die drei Ständer von der Ratung. Hei will uns Verhältnis mit Ohrmware anstecken. Hei will, dass es so sein soll, aus dem Paradies, aus der Vorder, alle je in Oven mit seinen Seen Adam und seine Tochter Eva verteilen können. Uns Verhältnis mit unserem himmlischen Vorder soll so deub sein, dass wir uns ganz und einzig von Ohrm aufhängig machen. Dit fangt mit der Echtigkeit an. Christus ist meine Gerachtigkeit. Hei allein magt uns Geracht, nicht unsere Toten. Wir können dort bloß aus ein Geschenk annehmen. Schenkt Gott an der Rachfordung und Gnode durch die Ratung, der in Christus Jesus ist. Reimer 3, Verschfeierend, find ich. Giesand euch Gott sinne Gnode gerad, wie ins Gegleifen. Dort ist nicht der Güne Wurken. Dort ist ein Geschenk von Gott. Dort ist nicht die Wurken, so dass keiner Ursache kauft, sich selbst zu loven. Heifheiser 2, Versch 8, wird nie ein. Gott ist mein Heiler. Dit wird auch nicht verdäunen. Hei will uns heilen. Die erste Openbohrung von Gott der Israel, nur ihre Auswanderung von Ägypten wird dit. Hei seht, Ich sieh dir hart. Ich sieh dich, der Jüngst gesund magt. 2. Mose 15, Vers 20 Gott sagt, wie er es, in was er für ein paar Hörte hat. Mein Sein, ach du, ob was ich sei, und hält ihn auch an, wann ich rede. Verjagt niemals, was ich gesagt habe. Holt ihn, wie er dich beim Hörte, willst du sein Leben für dich, der die Fingen, und sind gesund für ihren ganzen Körper. Sprich er feuer, Versch 20 bis 22. Doch wie hei wei in unser Sinden verlazt, hei brug unja ans vergonen doel. Ob am lachtisch, struft er uns heilmog, durch dich, dort hei deuschliere Krieg, sind wir gesund. Jesaja 53, Vers 5 Einer von Gott sinnen nomes es, Yahweh Jireh. Hei, wo dort sit, do für sorgt, in wo drum geeft. Iisste muss sie 22, Vers 30, in Bad Viertien. Lot dort ansinken. Gott es uns versorgen. Um uns dort port von sich selbst zu weisen, leide das Volk Israel an die Wüste nennen, ein Versorger entdoe. Ein Volk von Millionen, für 40 Jahre. Das wir sehen, wach am Eind, in uns, dort zu sein. Ich sehe ein Vater. Ich will den Versorgen, in mir am neuen Kämmern. Und das wird lang verletzt, der Lösungsweg von Jesus Christus am Kreuz. Die sind hier mit uns am Haaren, Jesus Christus, in die Gnot bekannt. Wann hei auch gekriegt wer, wird hei doch oberen am Düntholven, dort jedoch seine Ohrmaut kunnen regt worden. 2. Korinther 8, Vers 9. Eine wichtige Folge von Jesus Christus in der Leisenden d'Vorg, ist die wahre Herstellung von Gott, seine Versorg für uns. Aber das bringt die Frage, wann Jesus das aller vollbracht hat, und uns versorgen will, wo so sind so viele Christen arm? Wir können auch fragen, wo so Christen krank waren, in der Anstorven. In, wo kann das sein, dass Christen sinnlich in Baushofft feilen, insofern es von Gott wieder auf ist, in er nicht versorgt? Das Prinzip von der Antwort zu dieser schienbare Anfallkommenheiten ist immer dieselbe. Unsere Zeit hier auf der Erde ist eine Zeit, wo wir durchgehen. Jesus hat hier eine vorige Ratung für uns verbracht, in seiner Barmherzigkeit erst für uns genug. Aber, und wo wird, wie die Folgen von der Erfohren, ist auch eine Frage von jeslichen Wassen. Das ist so als ein Crescendo in Musik, das fangt schnell an in blüftem Wassen. Und er sieht, mit Gott sind rück, ist das so als mit einem Mann, der so auf sein Land streit. Und ob heute Nacht schlappt oder ihr werdet auch rum ist, könnt die so in Wäust, wann er auch nicht weit will, willst du ihr bringt und sich selbst erst den Holm, dann die Ohren, und dann den vollen Wäld und die Ohren fern nach. Markus' Feier versassend, finde ich, bei 28. Und ihr seht, mit Gott soll wir Gott sind rück verglichen, oder durch Gott verangelegen, soll wir uns dort verstellen. Dort ist so als ein Samenkuren, dort ist dort kleinste Kuren, was an der Erde geplant wird, aber wann dort erst gesagt ist, was dort und was gerade aus alle anderen Planten im Garten und kriegt so eine große Aste, dort die Feierl von einer Luft sich am Schauten ihrer Naster bühen. Markus' Feier versstartig, betweiendartig. Hier vertelt dann noch ein Gelegenes. Mit dem Himmel rück ist dort so, als von einer Früh Hewem, die ich nennt nicht, wo der euch das ganze Steck, die ich abgeht. Matthäus 3, hier in Versstreiiendartig. Ein Crescendo. Jesus mögt sicher, dort du genügend Bormhardsichheit für mich erst, ob er in mein Leben wäust, der große Donau, aus echt meine Warteln und Gott seine Leuven anwassen lot, wo ich tounehmend verstehe, wo lang, breit, hoch und duib da ist. In der wundervolle Poet ist, dass so als der Prozess von der Kühne in der Sood, die wassende Planten und sogar die gekneter Brot, die ich nicht richtig zu drehen hätte, so hätte das Prozess auch nicht richtig zu drehen. So lange als ich mich nicht notwendig davon losmog, hätte das Prozess wieder, mal sachter, mal boosier, da noch aus, wo ich da mitmog. Und ich bete für Jund, dass er, da noch aus Heerich an Heiligkeit ist, die ein Kraft schenken mocht, der seinen Geist innerlich stark zu sein, dass Christus der Glauben begint am Ort wohnen mocht, und dass die mochten in Leufe fast gewartelt sein. Ich bete auch, dass die mit alle anderen Heiligen-Toub mochten die Kraft kennenlernen, wo der sie begripen können, wo lang und breit, wo hoch und die Christus in Leufe ist. Die zellen Christus in Leufe kennenlernen, und die jetzt viel wieder aus wie abfuhten oder verstohlen können, so dass die Fallens in Gons haben mochten, wort Gott verjünnt haft. Epheser 3 Versaßt hin, wort nirgend hin. Gott will, dort wie jäßlich wossen, und er will, dort wirklich fehlte alle aus wie dort verlangen, wer ihn heute von dort nur strich holen will, wofür sind geläubt, da sie in alles jäuf. Wotselwe hier tausagen, wann Gott ab uns sieht es, wer kann dann jähen und zähnen. Wodau, da sie in ihnen sehen, vor uns alle haben jäuf, uns dann nicht alles mit am schenken? Räume 8 Versch 1-22 In dem Moment, als wir Jesus anladen, uns haren heilern zu sein, von sein erleisendet work ans Leben auch an zu beant flussen. So als ein crescendo, wo steht in Wodau immer stärker. Die Wirkungen von Gott seine Barmherzigkeit, Heilung und Versorg sind die wichtigste Eigenschaften von ein Verhältnis. Gott seine Barmherzigkeit geht nicht die Köpen, nicht einmal mit das Geld von der Tienda oder der gereichte Wurken. Er gebt uns seine Barmherzigkeit nicht wie die Antwort gegeben haben. Fehl Dollar, er gebt uns die, wie er will, dort seine Natur. Gott will mit uns ein noet, frendliches und vertrütet Verhältnis haben. Er kommt noch uns zu segnen, der das eine Gäste wo das bloß in eine Richtung geht. Er hat ein Verlangen an. Was von unsere Erfahrungen machen das schwer Gott zu vertrühren und am dichter Weg kommen zu Gott weiht dort und er verdammt uns doof er nicht, ob er will unsere Hort heilen, sodass uns